Musik 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 Du drehst wieder eines der weltberühmten Videos für YouTube So ist es immer wieder herrlich anzuschauen Musik Und Action Musik 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 Du kannst ja überhaupt nicht spielen. Du pfeifst ja aus dem letzten Loch. Du wirst ja da gerade sehen. Aber den Teil musst du rausschneiden. Hier, nimm mal die Kamera. Hopp, so ist an. Was? Verließe ich bei euch. Mia, du kannst ja ausbringen. Ja, glaube ich. Alter, ist das geil. Das müsst ihr nachher mal als Rotanis machen. Ja, klar machen wir das. Boah, ist das geil. Was ist das so? Riecht so richtig schön ekligiert. Ich hab Alkohol! Ich hab Alkohol! Ich hab Alkohol! Und? Sagtest du Alkohol? Alkohol! Und ein toller Becher! Oh! Oh! Ja dann! Und Piratmusik! Oh! Oh! Du kommst jetzt kurz. Ja, ja, ja. Wo? Wo ist das? Oh! Alkohol! Ich hab Alkohol! Ich hab Alkohol! Oh mein hübscher! Willst du auch aus Alkohol? Ich hab Alkohol! 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 Guck mal auf die Brust jetzt! Oh Gott! Du hast schon die ganze Zeit drauf gebraten! Oh Gott! Das muss ja auch sein! Ja! Du musst auf die Baby's Brust, ne? Absolut! 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 Du musst ja lecker in die kleine Hübscher! Hast du niemals gedacht, ne? Dass du auf der Brust von der Frau liegen würdest, ne? Ah! Du bist sehr gut! Und ein bisschen Alkohol! Und Brust! Alkohol! Ich wechsel! Und Brust! Jetzt bist du froh, ne? Ah! Und Piratmusik! Wir brauchen Musik, ne? Hallo! Chicken on the rest! Hallo! Chicken on the rest! Hallo! Chicken on the rest! Let's chicken on the rest! Dann ist er in Brust! Ich hab Alkohol! Super! Ich hab Alkohol! Substanzwacken! Nicht unten! Brust! Kann ich nicht! Wie kannst du nicht? Nix! Brust! Substanzwacken! Wackel mal mit! Ja! Ja! War der Honig! Warte! 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 Jetzt! Jetzt! Warte! Oh ja! Ja! Noch besser! Warte! Dann muss ich mal ran! Ich glaub, der hat einer am Helm! Ja, ja, ja! Mit eigentlich eine Krone, ne? Du hast sehr schön getroffen! Ich dachte, was passiert hier! Ich würde gerne! Schuss mal rein, ein bisschen! Boah, weißt du, was es jetzt gleich gibt? Automat? Ja! Ja! Zoe? Ja? Ok, ich spiel's ja! Es Nero! Lass mich kurz mit dem Wachstuch! Ja? Ja! Oh mein Gott! Meine Scheiße, das ist wirklich okay! Ja! Ja! Überholen! Ok! Na dann? Oh mein Gott! Wie, wie sollen wir's machen? Einfach so? Das ist ein hohes Fest dabei! So? Ok! Gut! Jetzt wollen wir mal umfahren! Ja, cool! Ja, cool! Super! Super! Dankeschön! Oh mein Gott! Schönen Tag noch! Ciao, ciao! Behind the Scenes für den Schwachsinsfilm! Oh, da unten ist! Das kann vom Bett sein! Wie das geht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie geht die Sonne auf! Ineinander verschränken die Finger! Ich zähle jetzt bis drei! Und bei drei drehen wir die Daumen nach oben! Genau! Jetzt geht's los! Eins, zwei, drei! Bei denen, wo die Daumen... Bei denen, wo die Daumen... Oh! Ja, das stimmt! Oh! Das stört mich von dir! Oh! Mindestens vier Waffeln werden! Mindestens vier Waffeln werden! Gibt's aber Schippenautogramm, ne? Ach guck mal hier! Delbrück! Oh, da war's warm! Da war's warm! Ich meine für euch nicht so schön! Geht das? Ja, natürlich! Ich guck, wer da schreibt! Baust du nur Runterschrift oder darf ich auch was anderes schreiben? Du darfst auch was anderes schreiben! Ich guck mal was! 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 Warte! Ihr seid ohne Kostüme? Ja! Seid ihr privat heute hier? Nein! Auch! Auch? Aber... Ja... Sie hat heute Geburtstag? Nein! Letzlichen Glückwunsch! Dankeschön! Aber sie wollte dir was geben! Ich wollte dir was schenken! Haben wir selber gemacht! Das sieht jetzt am Anfang ein bisschen komisch aus! Was ist das? Halber gegen das Licht! Du musst es vor das Licht halten! Halber in die Sonne! Äh, ich will nicht vorhandeln so! Ja! Wie geil ist das denn? Das ist das Foto, was wir gemacht haben! Wo war das? Delbrück! Ja! 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 Tja! Ja! 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 Na, ja! 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 Aber besser wieder selbst am Steigen, oder? Ja! Ja! Ich glaube, das reicht, Gid. Du siehst so scheiße aus. Aufnahme. Banana. Einmal piepen, bitte. Bisschen lauter. Piepen. Gefährlich. Ja, fast so Fingernägel wie ich. Nur meine sind echt. So? Wollte ich so tun? Ja. Dann bringen die mir was zum Köpfen. Ich hab zwei dabei. Ich hab zwei dabei. Das kriegst du nicht drauf, ne? Das krieg ich drauf. Setzt euch da hin. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das sieht lieber bei mir. Ja, oder so. Sicher? 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 Ja, nochmal schön. Gibt gleich Ärger. Wie süß, hallo. Vielen Dank. Sehr gut. Guck mal in den Löwe. Guck mal in den Löwe. Guck mal in den Löwe. Halt mal. Geht nicht anders. Ich muss hier mal meinen Putz richten. Ist an. Du kannst da nie ein Leben fangen. Mal drei, eins, zwei und jetzt. Ja, richtig gut. Ja, und. Ein dummes Gesicht. Ein dummes Gesicht. Die Cola kannst du da rein tun. Wir gehen wieder hier rein. Das ist schmerzhaft. Schmerzhaft? Wenn du was trinkst und wir nicht. Das ist schmerzhaft. Lass uns das mal normal ranmachen. Ja. Das ist schmerzhaft. Da ist die Eleignisse. Du, ich war nicht mal wie möglich. Ich war nicht derartFOann. Oh, Mann. Oh, ja. Wenn du die Tür aufmachen. Danke schön. Das hast du ganz selten gespielt. Ja, guck mal. Ja, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Gut, lass uns mal kurz machen. Jetzt geht das, ne? Oder so. Ich halte dich jetzt nicht fest, ne? Ne, brauchst du auch nicht. Oh, warte. Du willst hier also da drauf. Sind das echte Schlangen? Ja, klar. Jetzt zaubert der einfach so. Hin, her, weg. Ja, cool. 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 Welcher der beiden ist das? Das ist Nero. Nero hat Mitbewohner. Untermieter. Untermieter. Sehen richtig schön aus. Das ist ein bisschen cool aus dem Kopf, ne? Ich wollte den offenen Kübel haben. Ja. Alles ist gut. Ja. Das ist jetzt schwierig. Man muss schon selber den Arm ein bisschen rechen. Mach noch einmal ein bisschen. Dass der Vogel balancieren muss. Also er wird nicht schlagen oder so, sondern er soll nur balancieren müssen. Ja. Wer guckt? Ein bisschen schneller. Ach ja, das ist immer hier. Dann hat er immer die gleich schon wieder zusammen. Na? Du kannst ihn mit hoch gehen lassen. Dann sitzt er halt auf der Schulter. Ist auch ein bisschen. Ja. Der ist gerade eben angekommen. Ich wohne ganz einfach. Ist der denn gekommen? Der ist gerade eben. Gerade. Gerade gekommen. Echt? Gerade eben. Fildert hier? Ja. Das war herzlichen Glückwunsch. Ja, das war gut. Das ist dann richtig. Mach mal irgendwas. Mit den Pfoten oder so. Warte, mach zu. Warte, man sieht doch deinen Kopf. Ja, mach mal. Schlechte Idee. Du hast deinen Hut verloren. Ist egal. Ist egal. Ist egal. Ja. Wo sitzt das Richtung? Ja. Warum? Ja. Ey, umdrehen. Einmal rechts und links vorm Senator Achtung So halten, aber vors Gesicht. Nicht so direkt draufsetzen. So seitwärts irgendwie. Ich mach noch kein Bild. Ich mach noch kein Foto. Einfach so ein bisschen schräg halten. So, guck mal. Ja. So ein bisschen was, so ein ganz bisschen, ja. Ah, gut. Ich muss ein bisschen schnieren will ich gerade. Hallo, ich bin eine Frau. Ich hab mir die Schlechtsteile nach außen. Ja, du bist die Riese. Film einfach, film. Ich film doch. Und bitte. Direkt nochmal. Mal. 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 Der ist wohl viel zu groß, der geht nämlich bis zu den Schultern, steht ja aber auch gut. Du bist das. Du hast mich gefressen. 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 Du hast mich gefressen.